Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Startup Company. So, immerhin gucken hier, was uns fehlte. Uns fehlte Netzwerkkomponente. Wir sind, also wir hängen hier noch dazu in der Zeit. Und ja, wir haben die Mitarbeitersuche im Laufen nach einem weiteren Schmiersalon-Mitarbeiter. Dann kann der hier jetzt nochmal hier eine... Das ist hier das Backend. Da musst du ja nochmal ein Backend bauen. Wollte ich gerade schon sagen? Geht ja ganz einfach, geht ja ganz schnell. Ja, scheiße. So, was wollen die von uns? Schon wieder mit Angebot. Das können wir sofort abliefern. Das machen wir zu günstig. Aber so muss das sein. So, jetzt fehlen hier natürlich Schmierereien. Aber die bauen wir, glaube ich, gerade. Beziehungsweise können wir mal schnell bauen. Und da suchen wir noch einen weiteren Mitarbeiter. Für unseren Schmiersalon. Denn der eine hat gekündigt. Der hat es nicht mehr gefallen. Und da haben wir auch schon die Bewerber. Alles Level 2. Und deren Angebot gilt noch 12 Stunden. So, was haben wir denn hier? 187 Puster für 10.000. Das ist so wahnsinnig. 121 für 6. 126 für 6. 146 für 6. Das ist das Beste. Beste Angebot. So. Der Suchnahmeauftrag. Der Auftrag hier läuft noch. Und da brauchen wir noch ein Schmiersalon-Ding für. So soll es sein. Dann malen wir die mal. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch hier... Jetzt, wo wir Mitarbeiter brauchen, die halt die nächsten Stufen immer entwickeln, müssen wir echt aufpassen, dass wir immer die Komponenten auch vorrätig haben. Dass, wenn so ein Auftrag reinkommt, dass wir den auch erledigen können. 9.000 haben wir dafür gekriegt. Sehr gut. Nächste Runde. So, wir schauen. Ja, das kriegen wir hin. Das war jetzt Verschlüsselung, ne? Nochmal. Ja, nochmal schmieren. Ja, und so wird das komplexer und komplexer und komplexer. Ich hatte ja direkt im ersten Video schon gesagt, dass dieses Spiel da echt einen anderen Ansatz geht. So, und wir sollten mal langsam überlegen, ob wir uns Manager einstellen. Zumindest für die Grafiker hier. Dass ein Grafiker immer das gleiche macht. und schneller. Ich glaube, das macht wirklich Sinn. Sollen wir das mal testen? Dann seht ihr auch nochmal wieder was Neues. Also, wir stellen ein, einen Manager, Stufe 2. Und der Manager Stufe 2, der kriegt natürlich von uns hier direkt hier so einen Nobel-Schreibtisch. Ach du... Machen wir mal für 280 die Stunde. Weil wir brauchen hier ein Grafikmodul. Wir brauchen WLAN. Ah, schade. Hätte... Hätte... Fahrradkette. Wie ein weiser Genosse einst sagte. Das ist kein Widerspruch. Ich meine, man glaubt das immer. Äh, so. Äh... So. Äh... So. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass hier halt auch irgendwie... Ja, da setzen wir Menschen an. Das Grafik, da würde nichts damit zu tun haben. Ähm... Bauen wir mal hier von eine. Ach. Hätten wir eh gebraucht. Mhm. Verschlüsselung und... Backend. Läuft aber gerade. So, was haben wir hier? Feines. Mhm. Die können wir gleich anbieten. 24 Stunden... Für 12. Das machen wir. So, dann müssen wir jetzt aber wirklich genau hingucken, dass wir das richtig machen. Da dürfen wir jetzt nicht die falsche Reihenfolge nehmen. So, ein Backend-Modul ist fertig. Für diesen Auftrag haben wir noch 20 Stunden. Für diesen Auftrag... Noch 24, da brauchen wir nur eine Schlüsselkomponente. Okay. Jetzt aufpassen. Kniffel, kniffel. So, dann haben wir jetzt hier die ganzen Bewerbungen für den Manager. Da füllen wir gerade ein, der kann jetzt auch schon 5. Wir könnten eigentlich die Abteilung Schmiererei hier und die beiden, die hier, die könnten wir... Also, das könnten wir alles miteinander verwalten. Das Problem ist, ich weiß nicht, auf Basis welcher Kriterien der Manager entscheidet, welche Sachen wir annehmen oder welche nicht. So. Äh, genau. Wir brauchen noch Schlüssel. Ich glaube, wir stellen den Manager direkt ein. Dann haben wir das hinter uns. Pass auf. Ähm. 145 für 8, 195, 201 für 9. Das ist das. Brauchen wir gar nicht diskutieren. So. Jetzt sehen wir das hier. Also, die kann jetzt, und das war ja der Plan, erstmal hier die beiden Grafiken, die drei Grafiker überwachen. Und dann werden die jetzt automatisch, der wird jetzt immer diese Pinsel machen, der wird immer hier die... die Vorlagen machen. Und das ist natürlich jetzt blöd. Hm. Dann macht der das. So, der macht jetzt immer die. Das war's. Dann sind wir damit fertig. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie soll das bei denen hier funktionieren? Deswegen würde ich sagen, wir testen das mal bei einem von beiden. Und zwar bei... Bei dem hinteren hier. Wer ist denn das von den beiden? Das ist Aiden Marshall. Aiden Marshall ist der schlechtere von beiden. Nee. Chase Armstrong ist die schlechtere. Das heißt, wir machen das mit der, die nicht so gut ist, um herauszufinden, wie das funktioniert. So, schauen wir mal ein. Jetzt bin ich mal gespannt. Was die jetzt automatisch macht. Nee, müsste jetzt eigentlich hier Backend-Komponenten... Äh... Und wenn das da ist, also eine Backend-Komponente und zwei Schlüssel, dann müsste die den Auftrag abschließen. Wir haben jetzt noch vier Stunden. Das wird ohnehin sehr sportlich. Für den Auftrag haben wir noch acht. Das heißt, wir müssen hier jetzt nur noch Verschlüsselungskomponenten bauen. Soll ich hier sehe. Nee, wir müssen jetzt ganz genau gucken, dass wir es bloß nicht falsch machen. Moment. Ähm... Und wir hatten ja gesagt, wir wollten bei meinen Videos in Zukunft hier im Kanal uns eh ein bisschen mehr Ruhe und Zeit lassen. Also, Backend ist da. Wir brauchen noch zwei Schlüssel für diesen Auftrag. Und hier brauchen wir auch Schlüssel. Das heißt, Backend müssen wir nicht bauen. Das heißt, wir bauen hier einen Schlüssel. Sollte passen, ne? So, die machen das alles automatisch. Ihr seht ihr? Klopp. Eine nach der anderen. So. Und auch einen Schlüssel. Und dann gucken wir mal, ob der den automatischen Auftrag abgibt. So. Was fehlt hier? Da würde wahrscheinlich auch nochmal ein Schlüssel fehlen. Jetzt bauen die alle Verschlüsselung. Dann bauen wir mal weiter andere Sachen hier. Backend-Komponenten sind ja auch knapp. So, und jetzt? Achso, ich muss jetzt noch einstellen, dass er es automatisch machen soll, ne? Gut, jetzt liefern. Und jetzt sucht er automatisch nach dem neuen Auftrag. Ich habe das nicht eingeschaltet. Das macht er selber. Und der kann auch liefern. Boah. Das hat aber jetzt... Das hat gut getan, oder? So, der ist untätig. Die Suchzeit erhöht sich, wenn du weitere Filter angibst. Aha. Du musst diesem Angestellten einen Manager zuweisen. Und dann können wir hier... Hier kann man irgendwie dann auswählen. Wie kann man das denn machen? Muss der Level 2 sein? Wir bilden den mal fort. Aha. Ah, jegliche Festpreis-Auktion. Wir wollen immer nur Festpreis haben. Und die Suchzeit wird dadurch länger. Ja, der scheint ja wirklich das nur... Nur suchen und nicht das annehmen zu machen. Dann probieren wir es mal so. Würde ich sagen. So, und hier gucken wir mal, was wir so generell brauchen. Wir brauchen hier... Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Gut. Aber dass wir jetzt alleine schon mal... Dass wir bei den Grafikern nicht mehr klicken müssen. Schon was wert. Und natürlich, die gibt denen auch nochmal einen Boost drauf, ne? So, und dann gucken wir mal. Was hat er jetzt gesucht mit seinem Level 2? Ach, du dicke Männer. Wi-Fi, zwei GUI-Komponenten... Äh... In 66 Stunden. Den können wir annehmen. So, da müssen wir jetzt nur aufpassen. Dass wir da jetzt nicht in die Zeit reinrennen. Aber wie viele Milliarden Grafikkomponenten wir jetzt haben müssen schon, ne? Und das hätten wir alles, was die jetzt hier machen... Hätten die alles... Hätten wir immer klicken müssen. So, was hat der gefunden? Oh. 25 Stunden. Und wieder hier Sicherheit. Äh... Backend... Äh, äh... Backend-Komponenten. Sicherheit. Ein Grafikding-Bomb war gerade. Und das Ganze für... 16.000... Müssen wir annehmen. Und wir brauchen weitere Entwickler. Wie war das denn? Die werden auch schneller, wenn wir die eine Stufe weiterbilden? Nee. Doch. Sieht so aus, ne? Dass die schneller werden. Sollen wir den denn mal ausbilden? Ja, der wird nicht so viel schneller. Ist wahrscheinlich günstiger, wenn man dann... Neun sucht. Hm. So. Also, jetzt müssen wir mal gucken... Welcher Auftrag geht als erstes? 25 Stunden? 47 Stunden. Okay. Das heißt, wir gucken uns als erstes den hier an. Die ist in Arbeit. Backend-Komponenten brauchen wir. Wi-Fi brauchen wir. Netzwerk. Backend wird gebaut. Machen wir das mal so, ja? Und hier... Neues Backend. So, die nächsten... Werden... Dann Backend. Wie viele Milliarden von diesen Schmierdingen haben wir jetzt? Ach, du dickes. Die müssen wir irgendwie loswerden. So, noch ein Backend. Ich weiß gar nicht, warum schließt der nicht automatisch ab? Das wäre auch cool. Weil so spart der Manager wirklich nur einen Klick, ne? Wenn du weißt, was ich meine. So, 16.000. Da haben wir ja nur einen Klick gespart. Wieso bräuchte ich da einen Manager dafür? Weißt du? Fiel ein bisschen komisch. Oder? So, und hier brauchen wir jetzt... Backend-Backend-Sicherheit. GUI. Backend brauchen wir... Der Typ hier... Der wird entlassen. So. Und tschüss. Gut. Konzentrieren hier. GUI. Das geht rucki-zucki. Backend brauchen wir... Für das Modul brauchen wir noch ein Backend. Und wir brauchen noch ein Sicherheit. Machen wir erstmal die. Und dann... Nein, hier. Sicherheit, Backend. Konzentrieren hier. Dann brauchen wir eben das GUI bauen. Ja, wir haben zu wenig Entwickler, ne? Das ist mal ganz klar. Ist jetzt gut, dass wir da jetzt welche suchen. Nehmen wir auch an. Sicherheit und Backend. Backend. Backend kommt. Sicherheit und Backend. Sicherheit und Backend. Sicherheit und Backend. Nicht erwehren, dass wir auf jeden Fall... Ähm... Oh. Habe ich einen Fehler gemacht. Äh... Dass wir auf jeden Fall hier noch weitere Entwickler brauchen. Wenn jetzt der eine... Wenn wir jetzt einen hier noch schnell einstellen. Einen guten. Oh. Der eine hat gekündigt. Chase Armstrong haben wir zu lange. Und der Auftrag, den er hat, ist auch weg. Den hat er einfach mitgenommen. Das ist natürlich arg. Gut, dann können wir jetzt hier die Sicherheitsdinger bauen. Und den hier schicken wir mal in Urlaub. Ja, und in der nächsten Folge stellen wir ein neues Personal ein. Ich hoffe, ihr... Äh... Bleibt mir bis dahin gewoben. Gewoben? Gewogen. Ähm... Wir haben ja 20 Plätze. Warum nutzen wir die nicht? Und dann geht's hier mal ordentlich voran. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.